Ja, liebe YouTube-Freunde, es gibt was zu feiern. Der Bauer Hause hat auf YouTube über 3 Millionen Klicks bekommen. Ich danke allen, die da meine Seite angeklickt haben. Ich bin seit dem 7. März 2007 auf YouTube online und habe in dieser Zeit 1.614 Videos hochgeladen und mittlerweile 1.569 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich danke allen, die mich da abonniert haben und mich mitverfolgen, was da bei dem Bauer Hause läuft. Jawohl, ein Jubiläum, 3 Millionen Klicks. Ich danke euch allen.